Großalarm Großalarm, sonst ist es zu spät Weil jeder es mit jedem kann Weil jeder Mensch Verständnis hat Weil keiner mehr provozieren kann Keiner geht mehr irgendetwas an Großalarm, Großalarm Warum springt hier keiner mehr auf? Warum bleiben alle zu Haus? Warum lehnt sich keiner mehr auf Und schreit heraus? Warum springt hier keiner mehr auf? Warum bleiben alle zu Haus? Warum lehnt sich keiner mehr auf Und schreit heraus? Großalarm, weil sich nichts bewegt Großalarm, weil alles still steht Weil alles hier in Ordnung ist Weil alle hier zufrieden sind Weil keiner mehr dagegen ist Und in Wahrheit absolut nichts stimmt Großalarm, Großalarm Warum springt hier keiner mehr auf? Warum bleiben alle zu Haus? Warum lehnt sich keiner mehr auf und schreit heraus? Warum springt hier keiner mehr auf? Warum bleiben alle zu Haus? Warum lehnt sich keiner mehr auf und schreit heraus? Aaaaaah! 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 Großalarm, 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 Großalarm! Warum springt hier keiner mehr auf? Warum bleiben alle zu Haus? Warum nimmt sich keiner mehr aus und schreit heraus? Okay, tschüss, tschüss, ja, groß allein, groß allein. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR